so wir haben die marina großen bruder erreicht wo wir jetzt gleich ein schiff übernehmen werden wir sind jetzt in der richtigen marina wo die boote liegen und wir gehen jetzt zum schiff der jälle so eine kleine rohmtour hier ist meine kabine da liegt schon alles durcheinander hier ist unsere komböse hier drunter haben wir noch einen kühlschrank man nennt es auch pantry man sagt ja gar nicht mehr komböse man sagt ja pantry hier ist unsere pantry die sitzgruppe mit dem navigationsbereich hier ist die eigner kabine diesmal mit zwei mann belegt und ganz wichtig ist die nasszelle ja da haben wir auch noch schränke und ablagemöglichkeiten drin und natürlich sind die sehventile und hier ist die dritte kabine so wir fassen wasser denn das wasser war ziemlich leer so der tag geht und kille pitch kommt morgen werden wir aufbrechen und dann nehme ich euch natürlich mit auf die reise so guten morgen aus großen bruder alle sind aus zum duschen ich war gestern abend schon duschen dann werde ich jetzt mal vielleicht das kaffeewasser aufsetzen so nach dem ablegen ist erst mal klar schiff machen angesagt so nach dem ablegen ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020